Sportarten gibt es ja wahnsinnig viele. Fußball, Handball, Volleyball, Völkerball, Basketball. Ich habe sicher einige vergessen, ist mir aber auch komplett wurscht, weil in Wirklichkeit brauchte ich nur eine möglichst schlechte Überleitung zum Film. Deadball. Und das, obwohl ich den Film noch gar nicht gesehen habe und gar nicht weiß, ob es nicht vielleicht tatsächlich um einen Tanzball oder sowas geht. Aber je nachdem zu urteilen, was die netten Ladies hier auf dem Frontcover tragen, sieht so aus, als ist Deadball irgendeine Version von Baseball der wahrscheinlich uninteressantesten Sportart der Welt. Was ich allerdings ebenfalls wahnsinnig uninteressant finde, ist dieses deutsche Mediabook-Frontcover. Das finde ich nämlich einfach nur hässlich. Ich kann leider nicht einmal in meiner gewohnt eloquenten Art sagen, was mich daran so ganz besonders stört. Ich finde es einfach nur schier. Es gibt noch ein anderes Cover-Motiv, aber auch das finde ich eigentlich relativ schier. Geholt habe ich mir den Film in Wirklichkeit nur deswegen, weil ich einfach diese japanischen Splatter-Filme sehr, sehr gerne sehe, sehr, sehr gern mag und weiß, dass sie einfach dermaßen abgedreht und durchgeknallt sind, dass man da über solche Sachen wie hässliche Cover schon wieder hinwegsehen kann. Vor allem, wenn man dann im Inneren natürlich wie gewohnt den Film einerseits als Blu-Ray, andererseits als DVD haben, hier auch ganz, ganz wild zusammengefotoshoppt. Aber es gibt noch etwas, was ich bei dem Mediabook wirklich ganz, ganz unverständlich eigentlich finde. Wenn wir jetzt nämlich dieses Mediabook-Frontcover ganz nah an die Kamera halten, ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt es durchs Video erkennen, ansonsten müssten wir es halt leider einfach glauben, ist die Tatsache, dass die Druckqualität von diesem Frontcover wirklich einfach nicht gut ist. Man sieht nämlich an den Kanten von den Damen, sieht man ganz, ganz deutliche Kompressionsspuren, als wäre hier mit einem Bild gearbeitet worden, das nicht die erforderliche Auflösung für den Druck gehabt hat. Das Ganze ist, ich versuche jetzt gerade zu schauen, weil das DVD und Blu-Ray-Logo ist in Ordnung, das Uncut-Edition-Logo ist in Ordnung und da oben bei dem Titel bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das auch an diesen Kompressionsspuren leidet oder nicht, weil das Lustige ist nämlich, dass dieses selbe Bild, das hier fürs Frontcover mit ziemlich furchtbaren Kompressionsspuren verwertet wurde, im Inneren vom Mediabook noch größer verwendet wurde, ja absolut geschmackvoll, absolut geschmackvoll, wesentlich größer noch verwendet wurde und hier keine Kompressionsspuren hat. Das heißt, die doppelt so groß aufgeblasene Version von diesem selben Bild hat eine bessere Bildqualität als das, was hier auf dem Frontcover drauf ist. Wow, freaking fail, kann man in dem Fall nur sagen. Außerdem, wobei Druckqualität generell bei diesem Mediabook was ist, was Schock scheinbar nicht besonders ernst genommen hat, weil man sieht, wenn man durch dieses Mediabook durchblättert, immer wieder einzelne Bilder mit relativ minderwertiger Druckqualität, wo man sogar den Eindruck bekommen kann, es sind teilweise hier zum Beispiel einfach Screenshots vom Blu-ray Transfer ins Booklet gedruckt worden, gerade, wenn ganz ehrlich bei den Zähnen, weil bei den Zähnen von dem Typen sieht man das so deutlich, das ist ja unfasslich eigentlich, also für mich ist das ehrlich gesagt ein absolutes No-Go, einen Film dermaßen mit derartig unpassenden Bildern im Mediabook zu veröffentlichen, da hätte man sich wirklich was anderes einfallen lassen müssen und einfach wirklich nur Material verwenden, das von der Auflösung und von der Qualität her passt. Vielen Dank. Vielen Dank.